kleines bilder rätsel kommen ihr wisst es auflösung nach dem intro willkommen in den hoppenklötzchenscheune mein name ist blog star und freunde ja ihr habt es bestimmt schon richtig erraten die hut ist ein schlag kreuzer und ein britischer panzer wir sprechen heute über die panzerklasse der cruiser tanks der landkreuzer und wir sprechen nicht über irgendeinen wir sprechen über den letzten vertreter dieser serie quasi wieder ein video aus meiner imaginären kobe classic serie wir sprechen über das hat 3014 aus 2016 wir sprechen über den a34 comment aus der world of tanks rollout serie das set habe ich gebraucht erworben und hatte glück dass ich nämlich die zwei bauabschnittstüten die es gibt getrennt sortiert bekommen haben also lade ich euch jetzt auf meinen bautisch ein dann schauen wir uns dieses hat genauer an und auch obwohl ich kein karton habe zeige ich euch karton fotos also freunde es wird spannend steigt in euren landkreuzer und dann sehen wir uns gleich auf meinem bautisch ja freunde da haben wir den a34 comet beziehungsweise die anleitung für das kubi set 3014 auf dem bautisch liegen wir sehen schon das set ist aus der small army serie world of tanks rollout ab acht jahren aber wir schauen uns erst natürlich den karton an ich habe es euch versprochen ich blende es hier digital ein einmal die vorderseite dieses fahrzeuges hier mit achilles beklebt ich weiß gar nicht ob ich die aufkleber dazu habe das sehen wir dann wenn wir die tüten aufreißen beziehungsweise ich während ich baue und die rückseite seht ihr natürlich auch vom karton die fakten bekommt ihr bei der infocard das fahrzeug soll 34 28 im bestpreis bei kubi gekostet haben das sind die informationen die ich im netz gefunden habe die anleitung ist in der vierklammer gebunden und wir haben auch hier das glück dass wir nach den bautüten sortiert die steine bekommen haben somit kann ich euch ein bisschen das feeling wieder geben ihr wisst ja ich möchte euch auf diesem kanal wenn es geht alles von kubi vorstellen und manche sachen bekommt man halt nicht neu schauen wir uns die anleitung an da sehen wir tüte 1 damit fangen wir an bauen drauf los der erste schritt ist farblich beim zweiten ist der aktuelle schritt farblich und der erste ist ausgegraut feile weisen uns den weg in den kästchen sehen wir die steine die wir brauchen also macht euch häufigen schädchen wie auch immer ihr euch eure teile verteilen wird auf euren bautisch und ihr seht auch hier wir haben so legenden hier brauchen wir eine längere stange und eine kürzere technik stange kubi hat keine seitenzahlen sondern nur diese bauschritt nummerierung und sogar hier so kleine anlegehilfen noch dass wir sehen eine einmal vierer flat teil brauchen wir hier fertig sind wir dann tüte 2 fangen wir an natürlich zuerst baustür 33 aber fertig sind wir dann mit den baustipp 78 wenn wir den turm auf das chassis packen und was ich bei den world of tanks jetzt immer cool finde sind hier die informationen wir sehen die besatzung die wir brauchen den commander den gunner den driver den radio operator und den loader also den richtsützen und wir haben hier fakten die bekommt ihr von mir gleich aber auch und hier hinten müsste ein code sein ich weiß nicht ob dennoch gültig ist wenn nicht oder wenn ich habe ich pech gehabt wenn ja habt ihr jetzt glück und könnt euch diesen code hier rippen viel wichtiger ist aber freunde jetzt das klemmen ich wünsche euch viel spaß bei den fakten zum comet und mir viel spaß beim klemmen dass eine win-win situation freunde also auf geht's speed bildzeit ist faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über den comet auf deutsch natürlich komet und wer auch noch mal eine folge über kometen zu sprechen aber nein wir sprechen heute über den a 34 comet der a 34 comet war ein britischer panzer der während des zweiten weltkrieges und in der zeit danach eingesetzt wurde dieser mittelschwere panzer war ein wichtiger bestandteil der britischen streitkräfte und zeichnete sich durch mehrere bemerkenswerte merkmale aus die entwicklung des a 34 comet begann 1943 ziel war es einen schnellen und leistungsstarken panzer zu schaffen der in der lage war mit den deutschen panther und tiger panzer erfolgreich zu konkurrieren die hauptbewaffnung des comet bestand aus einer 77 millimeter kanone die in der lage war gepanzerte ziele wirksam zu bekämpfen die kanone war in einer stabilisierten turmversion montiert und hatte eine beachtliche durchschlagskraft der comet war für einen panzer seiner zeit erstaunlich schnell mit einem 600 ps motor konnte er geschwindigkeiten von bis zu 32 km h auf der straße erreichen was es ihm ermöglichte rasch in den kampf zu ziehen und sich flexibel dort zu bewegen der motor war ein aus dem berühmten rolls royce merlin motor abgeleiteter v12 rolls royce meteor der in panzer eingesetzt wurde als fahrwerk haben wir bei diesem fahrzeug das berühmte christy laufwerk das sich durch große räder ausmacht die panzerung des comet war ebenfalls beeindruckend sie variierte zwischen 32 mm und 102 mm und bot eine gute balance zwischen schutz und mobilität der a34 comet wurde im frühjahr 1945 erstmals an der westfront eingesetzt seine mobilität und feuerkraft erwiesen sich als effektiv insbesondere bei der bekämpfung deutscher panzer nach dem zweiten weltkrieg blieb der comet im dienst und wurde in verschiedenen konflikten weltweit eingesetzt darunter zum beispiel der koreakrieg insgesamt wurden etwa 1200 comet panzer hergestellt der comet war einer der ersten britischen panzer der über eine teleskop schussverrichtung und eine starr montierte hohladungsmutition verfügte was eine fähigkeit zur bekämpfung gepanzerter ziele stark verbesserte der comet wurde schließlich vom zenturium panzer abgelöst der als einer der besten panzer des kalten krieges gilt der comet war der letzte der sogenannten cruiser tanks der kreuzer panzer angedacht als waffengattung die durchbrüche durch die front schaffen könne ebenso wie schwere kreuzer auf see erster vertreter dieser serie war der cruiser tank mark 1 der 1936 angefangen wurde zu produzieren und ende war halt der cruiser tank comet der sein produktions ende 1945 hatte nach dem comet wurde ja der erste richtige britische kampfpanzer entwickelt und gebaut nämlich der centurium der a 41 trotz seiner begrenzten produktionszahl sind immer noch einige comet panzer in museen und privaten sammlungen auf der ganzen welt erhalten geblieben sie dienen als wichtige historische zeugnisse der britischen panzer entwicklung der a 34 comet war ein entscheidender schritt in der evolution der britischen panzer technologie und trug dazu bei die lücke zwischen den panzern des zweiten weltkriegs und den modernen kampffahrzeugen des kalten krieges zu schließen seine vielseitige einsatzfähigkeit und vor allem die mobilität machten ihn zu einem wichtigen vermögenswert für die britischen streitkräfte der a 34 comet war zweifelos eine bemerkenswertes fahrzeug in der geschichte der panzerentwicklung und trug dazu bei die britischen streitkräfte sowohl im zweiten weltkrieg als auch in ihrer nachkriegszeit zu stärken ja freunde das waren ein paar fakten zum a 34 comet oder auf deutsch comet dem kobe set 3014 aus der world of tanks serie dies ist ein weiteres fahrzeug aus der eben erwähnten world of tanks serie von kobe aus der damaligen zeit spreche es immer wieder an ich habe es auch schon gespielt zurzeit spiele ich aber lieber war thunder aber ich bin dabei immer mehr sets von kobe aus dieser serie zusammen zu suchen ein paar habe ich euch schon vorgestellt es soll noch ein paar mehr werden wenn ihr die sets habt mit originalverpackung könnt ihr euch gerne bei mir melden vielleicht kann ich dann das ein oder andere set von euch dann auch noch vorstellen euch jetzt auf jeden fall viel spaß beim klemberstein review bei der besprechung des hier gezeigten sets der 3014 des a 34 comments auf der world of tanks rollout serie viel spaß dabei liebe freunde nach einer stunde bauzeit steht er da um genau zu sein 56 minuten unser kobe set 3014 aus der world of tank rollout serie unser a 34 comment und dieses set ist in vielerlei hinsicht besonders fangen wir mal mit den für mich schmerzlichen an ich habe dieses hat schon länger hier liegen gehabt und habe dadurch natürlich nicht kontrolliert damals beim tausch ob alles in ordnung ist wir haben leider ein paar steine gefehlt und viel schlimmer für mich aber ich mache da den verkäufer beziehungsweise der mit getauscht hat überhaupt kein vorwurf denn a hat es wird auch so bekommen und b habe ich erst zu spät kontrolliert habe ich hier einen britischen sticker bogen von kobe das seht ihr auch da oben ambulance and descriptions united kingdom allerdings fehlen hier die rot weißen markierungen die dieses fahrzeug hat man sieht es leider hier nicht auf den bildern aber ich habe es euch bei dem karton design gezeigt da habt ihr den sticker sheet gesehen das ist diese typischen britischen rot weißen markierungen für den turm gab mal abgesehen davon dass ich dieses fahrzeug eh nicht beklebt hätte ist es auch wiederum okay denn ich habe ein problem mit diesen stickern aus der world of tanks serie denn die sind ja eh so allgemein gehalten und auf das game bezogen und bei mir geht es ja schon immer so ein bisschen über die historie auch in diesem video zum beispiel ihr wisst es ja jedes hat seine geschichte ich erzähle sie euch und dann brauche ich keine fantasie aufkleber wobei diese rot weiße markierung natürlich schon historisch okay gewesen wäre aber ihr seht es ja zum beispiel hier der leopard 1 die 30 37 hat hier das balkenkreuz was man als falsch sehen könnte wenn man aber das spiel kennt wo wir diese gruppierung haben passt es dann schon wieder also wir haben ja da teilweise fantasy beklebungen beziehungsweise welche die halt man individuell im game machen könnte deswegen ist das hier nicht so tragisch ich habe gesagt eine stunde bauzeit die wahrscheinlich wenn ihr es neu habt und neu gebaut mit karton aufreißen folien aufreißen eine andere ist als die ich euch gesagt habe ich muss sagen anleitung alles super auch für eine 2016er anleitung alles picobello wenn ihr den mal rebricken wollt wenn ihr einen kubi teile vorrat hat ich habe euch die anleitung unter diesem video verlinkt die gibt es bei kubi es ist ja der einzige comet den es von kubi gibt also von daher kann man das ruhig mal machen wenn man die steine hat wir schauen uns das fahrzeug an und eins kann ich euch auch gleich sagen das hat kommt im maßstab 1 zu 26 daher ich habe ein bisschen gerechnet also 1 zu 28 ist es nicht was sie ganz cool finde ist das fahrzeug rollt ganz schön ich habe zwar immer so mein problem damit wenn man sagt ich will mit dem fahrzeug jetzt hier spielen aber also rumfahren aber ich finde schon ein panzer muss rollen spielen muss man nicht da mit wir haben lustige bautechniken zu denen komme ich gleich was sich halt ein bisschen schade finde ist dass wir ja ein zwei sachen haben die wahrscheinlich der 2016 oder dem stand der 2016 entwicklung von kubi geschuldet ist die nicht so schön aussehen das sind meine ich jetzt nicht dass wir hier überall ein paar noppen sehen das finde ich eigentlich ganz cool das mag ich nein wir haben hier zum beispiel so eine große kante an der kanone und ihr seht bei der fließe hier in der mitte dem flatteil wir haben halt hier diesen kleinen gäbe zum anhebeln für teile trainer wobei kubi ja keinen hat aber damit man die fließe leichter abbekommt und dadurch sieht das ein bisserl aus wie so eine lütte zahnlücke das hat kubi aber auch hier auf der anleitung also es ist kein baufehler von mir da sieht das auch vielleicht diese kleine lücke da überall vom rohr und mg finde ich ein bisserl schade sonst finde ich es super weil wir haben viele drucke wir haben hier oben das turm look gedruckt wir haben hier einen look hier vorne gedruckt für den fahrer wir haben hier diese bögen und wir haben hier hinten quasi die stütze für das rohr in marsch richtung von hinten ja haben wir diesen spoiler möchtest man nennen sexy back mit dieser zweimal zweier fließe mit den noppen sieht immer schön nach metall aus wir haben hier hinten eine motorklappe die wir zu uns ziehen und dadurch kann sie leicht abgehen weil wir haben hier vier einmal einsatz sie claims für die klappe damit in das motorform teil und da unten seht ihr es vielleicht da sind diese vier sie claims und wenn man es dann überdehnt geht die klappe schlecht ab wie so leicht ab und ja ich lasse es jetzt mal weil sie hier am bracket sitzt schön finde ich auch diese beiden töpfe und unsere minifigur da kommen wir gleich zu was ich halt cool finde ist dass man den turm voll drehen kann das klar und so würde halt der turm in der marsch richtung dann fahren da wäre hier diese angedruckte stütze hätten beim tour muss man aufpassen dass man halt nicht zu oft die kanone bewegt weil die hängt auch an so einer sie claim bauweise ich will mal kurz gucken ob ich es forsten kann ja genau da der einmal sechser geht schnell von dieser einmal vierer geschichte lose da sehen wir auch hier diese einmal zwei mit der bar dahinter in diesen sie claims so ähnlich haben wir es hier hinten auch und wenn man so lange daran rum ruckelt dann ja fällt das rohr ab am rohr haben wir dieses typische mg form teil ich glaube das ist ein bisschen groß geraten im vergleich zum original hier unten passt es wieder wir haben ein paar schläuche so als ja seil ersatz hier unten haben wir ja ein paar noppen die wir sehen da können wir ein bisschen noch was drauf machen wenn wir wollen mit den heutigen kobe stein und hier an der seite haben wir dann noch ketten glieder und oben antennen und natürlich ein turm look dass wir auf machen können und da können wir auch eine figur einstellen also von der seite das christy fahrwerk so ein bisschen ein schönes fahrzeug und was ich finde was kobe auch für 2016 richtig gut hinbekommen hat hier haben wir noch mal panoppen kann man auch was drauf bauen also es gibt hier wirklich noch möglichkeiten das zu verbessern mit den heutigen bautechniken wenn ihr das hat nachbauen wollt ich habe euch die anleitung die gibt es digital unter diesem video verlinkt sowie alles zu diesem fahrzeug bezugsquellen und rn nummer und größe und so weiter findet ihr immer alles unten in der video beschreibung was natürlich typisch kobe ist die damalige zeit ist dieser schwarze klotz mit den rad aufhängungen unseren führungsrädern hier sehen wir ihn also sehr massiv gebaut werden wir hier aufpassen müssen da kann schon mal was abfallen gerade ich hier die schutzbleche gesät ist da hinten da muss man aufpassen hängt nämlich nämlich nur an ja drei noppen beziehungsweise 200 seht ihr da also da muss man immer ein bisschen aufpassen aber ich mache da jetzt überhaupt kein vorwurf das set muss man ja unter kann man das schon sagen das übertreibe ich ein bisschen musealen geschichtspunkten sehen denn das hätte es aus 2016 das ist nun mal schon ja sieben jahre her wenn wir von hier aus zählen unsere minifigur haben wir ja ich habe leider keine bilder für die minifigur deswegen müssen wir uns hier so angucken bei den small army bis unsere world of tanks minifiguren da gibt es keine bilder beziehungsweise ich komme da schlecht dran wenn ihr da quellen habt scheiß bitte gerne in die kommentare vielleicht können wir uns da mal austauschen ja wir haben ja einen schönen dreitagebart wir haben einen beigen anzug ein barett eine dunkelbraune hose schwarze schuhe und ein fernglas das ist die minifigur nichts spektakuläres wichtig ist aber hier das fahrzeug ja das ist alles was mir jetzt in dem moment eingefallen ist es ist halt ein älteres set deswegen gebe ich hier keine richtige wertung ich kann euch nur sagen das gefällt mir auch unter dem geschichtlichen aspekt weil wir bei kobe keinen einzigen comet haben anders als zum beispiel beim cromwell wenn wir mal in der britischen linie bleiben das waren jetzt hier meine paar minuten acht ungefähr ihr bekommt es noch mal ein paar detail fotos da könnt ihr noch mal genauer gucken was ich euch gerade gezeigt habe und da gibt es noch ein paar fakten und dann schauen wir zum abschluss noch einmal in die augen liebe freunde speed bild zeit ist fakten zeit und wie immer an dieser stelle und natürlich von mir auch versprochen bekommt ihr ein paar detailbilder vom comet den kobe set 30 14 damit ihr euch selber ein eindruck vom set verschaffen könnt ich möchte noch nachreichen werden kommt noch außer die britische armee genutzt hat das war nämlich kuba denn kuba hat in den 50er jahren noch vor der revolution ein paar panzer bekommen 15 an der zahl relativ zeitlich danach gab die revolution durch ein gewissen herrn castro und dann waren diese panzer im besitz des kommunistischen kubas findet hat 41 bekommen irland miramar was früher noch burma war eine britische kolonie hat auch fahrzeuge bekommen die sind sogar teilweise noch lange bis 2021 im einsatz gewesen somalia 5 bekommen south afrika auch noch mal 26 und die haben das fahrzeug auch noch mal ein bisschen umgebaut in berge fahrzeuge und so weiter es gab auch noch ein nachfolger des comet den sogenannten chariot hier und dieses fahrzeug wurde von österreich finland jordanien und sogar den libanon gegen israel eingesetzt das war ein jagdpanzer auf basis des crumble und hieß eigentlich genauer fv 4101 crumble heavy anti tank gun weil es ein jagdpanzer war so noch mal ein paar fakten zum comment hinten drauf ich würde mich freuen wenn ihr eure meinung zum set kund tut indem ihr mir einen kommentar schreibt teilt auch gerne dieses video erzählt gerne leuten von meinem kanal es gibt da draußen ja echt noch ein paar leute die nicht wissen was kobe ist und was kobe mal gebaut hat vielen lieben dank dafür liebe freunde und jetzt schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen ja freunde da ist das video schneller zu ende als ein comet damals die dinosaurie ausgelöscht hat ich bin glücklich mein sammler herz schreit jure dass ich jetzt dieses fahrzeug in mein regal stellen kann es ist der einzige comet von kobe einziger abstrich habe ich euch gesagt so richtig ist der sticker sheet falls ihr einen überhaupt oder generell alte sets habt wo ihr meinten interessant für den blog sie schreibt mich doch gerne mal an alle meine social media links und auch den links um ein disco findet ihr unten in der video beschreibung sowie ihr alle infos zum fahrzeug ja freunde bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen als gute fahrt bleibt friedlich auf wieder bauen euer freund der blogs da ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020